Die Energiewende im Wärmebereich oder kurz Wärmewende bietet Kommunen zahlreiche Chancen für mehr Lebensqualität, wirtschaftliche Entwicklung und Klimaschutz. Allerdings sind die Möglichkeiten für den Umbau der Energieversorgung zahlreich, komplex und schwer zu koordinieren. Mit einem kommunalen Wärmeplan können Kommunen die Wärmewende strategisch, effizient und koordiniert voranbringen. Doch wie erstellen Gemeinden eigentlich einen kommunalen Wärmeplan? Grundlage dafür ist eine gründliche Analyse der aktuellen Situation. Umfangreiches Kartenmaterial, Luftbilder, Flurkarten, Flächennutzungspläne und Bebauungspläne werden computergestützt zusammengetragen und mit Daten angereichert. Erfasst werden zum Beispiel Typ und Alter der Gebäude und Siedlungen in der Gemeinde. Aus diesen Daten lässt sich dann der jeweilige Bedarf für Heizwärme abschätzen. Hinzu kommen die Temperaturen, die für die Wärmeversorgung der jeweiligen Verbraucher nötig sind. Diese können sich je nach Anwendung stark unterscheiden. Informationen über bestehende Wärmennetze und Gasleitungen sowie über bestehende Heizwerke, Zentralheizungen und andere Wärmeanlagen sind ebenfalls wertvolle Grundlagen für den kommunalen Wärmeplan. Der Bestandsanalyse folgt die Analyse der Energiepotenziale in der Gemeinde und im Umland. Ein wichtiger Lieferant für klimafreundliche Wärme ist die Bioenergie. Aus den Flächendaten zur Land- und Forstwirtschaft lässt sich abschätzen, wie viele Rohstoffe und Reststoffe nachhaltig für die Bioenergienutzung in Frage kommen. Für Wärme aus Sonnenenergie zeigen meteorologische Daten die Sonneneinstrahlung je Fläche. Sie helfen dabei, den Ertrag von Solarthermieanlagen abzuschätzen. Sofern vorhanden, kann ein Solardachkataster sogar häusergenaue Prognosen liefern. Geothermische Potentialkarten hingegen geben Auskunft, welche Standorte sich für die Nutzung der Erdwärme eignen. Mithilfe der erfassten Daten kann nun ein Wärmekonzept für die Gemeinde entwickelt werden. Eine grundlegende Frage ist dabei etwa, welche Gebiete per Wärmenetz versorgt werden können. So sind kompakt bebaute Gebiete mit einer hohen Wärmebedarfsdichte gut geeignet für Wärmenetze. In dünn besiedelten Stadtteilen hingegen können Einzelheizungen nach wie vor sinnvolle Lösungen sein. Auch die Sanierung von einzelnen Gebäuden und ganzen Siedlungen gehört zu den zentralen Bausteinen eines Wärmeplans. Dank der umfangreichen Daten können nun verschiedene Varianten für die Wärmeversorgung verglichen und abgewogen werden. Wie wirtschaftlich sind sie? Wie viel fossile Brennstoffe sparen sie? Wie viel Klimaschutz leisten sie? Wie viel kommunale Wertschöpfung ist zu erwarten? Und bleiben sie trotz demografischen Wandels langfristig sinnvoll? Sind diese Fragen geklärt, entsteht aus den ausgewählten Maßnahmen ein umfassender kommunaler Wärmeplan. Dieser kann dann im Gemeinderat beschlossen und in etablierte Planungsinstrumente wie Flächennutzungsplan und Bauleitplan integriert werden. Auf diese Weise ist der kommunale Wärmeplan ein effizientes Strategiewerkzeug für die Wärmewende.